Was ist das Verhältnis von Medien und Stars und Prominenten? Das Verhältnis von Medien und Stars und Prominenten, das ist eigentlich ein Verhältnis der Symbiose. Wenn Sie daran denken, wie die Einsiedlerkrebser sich sozusagen ihre Muschelbehausungen suchen und darin aber auch zum Vorteil ihrer Wirte wirken, dann haben Sie ein Bild von dem, was eine Symbiose auszeichnet. Und in der Tat, die Medien brauchen die Stars und die Stars brauchen die Medien. Ohne einander würde das nicht funktionieren.